Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Aufnahmesession DayZ, zusammen mit dem Klaas, dem kleinen Mongo und mit dem Hängerboy. Und wir sind hier gerade in Staroye, haben uns gerade getroffen. Und ja, wir wollten hier mal kurz in die kleine Polizeistation da vorne reingucken. Jetzt scheint ich ein Zombie. Ich auch ein Zombie. Ähm, YOLO. Straight drauf zu, oder? Äh, straight drauf zu. Okay. Wir werden sowieso irgendwann drauf gehen, diese Aufnahmesession. Jetzt kann ich dir jetzt schon flüstern. Wahrscheinlich kämpft da drin einer. 100 pro. Nee, also hier war schon die ganze Zeit nichts los, als ich hier war. Die meisten wollen wahrscheinlich zum nordöstlichen Flugfeld. Keine Ahnung warum. Weil es da Waffen gibt. Nee, wohl eher, weil es da mehr Spieler gibt anscheinend. So, die Tür hier ist offen, das heißt, da war einer. Oder was tut es? Nee. Also so runterkriechen wollte ich es auch nicht von meinem gerochenen Bein. Und da drin habe ich mir letztens das Bein gebrochen. Was in der Polizeistation. Und dann bist du bis dahinter gekrochen. Bis davor. Ja, genau. Oh mein Gott. Bis zum Wasserhahn, meine Damen und Herren. Ja, da hat mich ein Zombie so komisch auf der Treppe eingeklemmt. Oh, die Türen sind offen. Also Waffe im Anschlag. Ja. Ego Perspektive. Und langsam gehen. Okay, hier drin ist keiner. Machen wir mal die Tür zu. Also, ganz unten ist nichts. Soll ich die Tür bewachen, während du lootest? Weil ich was finde, meinst du? Ja, ich habe hier schon eine... Also, es trinken, nehme ich jetzt aber nicht mit. Trinken habe ich genug, essen auch. Ich bin der Kühlschrank. Hier sind zwei Merteile. NW und SE. Hast du dir oder das haben wir zu dir? Nö, wir haben ja sowieso. Ja, stimmt. Eine Map auf dem rechten Bildschirm. Ich trinke kurz was. Eyo. Oh, obwohl ich gerade den halben Brunnen da leer gesoffen habe. So. Äh, was ist das denn jetzt? Hier sind Wanderstiefel. Okay, sieht ziemlich leer aus alles. Äh, dann war hier schon jemand. Wollen wir mal anschließend hin? Schon ein Plan. Ähm, entweder eine große Stadt möchte ich hier mal reingehen, oder Flugfeier wieder. Echt eine große Stadt. Okay. Ich habe mal eine Kuh, die auszählt. Gleich wird er wegge-snipert. Ähm, da gäbe es noch eine Tankstelle, wenn wir links weitergehen würden. Hm. Aber ansonsten sehe ich hier... Oder gehen wir nach Norden, nach Gorka wieder zurück. Einfach der Stromtrasse folgen und dann nach Steri-Sobor, Nordwestflugfeld. Steri hört sich gut an. Also nach Gorka erstmal. Dann gehen wir wieder dahin zurück, wo ich herkam. Links. Nicht die Haupttelle. Hier so raus? Ja, da. Genau da. Und jetzt vorwärts. Kurz mal gucken. Hm? Ja, du klemmst mich hier ein. Hihi. Ah. Wer klemmt hier wen ein? So. So. Und jetzt mir einmal folgen. Und zwar einfach hier so. Und ein Zombie, warte. Irgendjemand ein Zombie. Und es ging ganz, ich mach die Schmesser. So, ich zeig dir jetzt mal, wie das funktioniert, ne? Und zwar genau... Kopftreffer. Und der Blutest. Ne, war nicht in. Und der Blutest. Und der Blutest. Ah, der Zombie ist so weit oben. Warte, fuck, wo rennt denn der hin? Der leckt voll, der Zombie. Ah, er ist tot. Ich wollte kurz sagen. Ich hoffe, das bist du da vorn. Am Baum. Und der Scheune. Gut. Ähm, dann laufen wir jetzt mal nach Gorka. Und schauen mal, was da auf uns zukommt. Weil hier sind ein paar Spiele online. Ganz kurz. Oh, das will ich nix. Oh, die liegt was süßes. Ah, da liegt was süßes. Da liegt auch was. Hier. Und zwar... Ein Badly Damaged Black Ushanka. Und ne Spitzhacke. Oh ja, da liegt wieder ne Zucchini am Boden. Ne frische Zucchini. Ist da drüben noch? Erstmal essen. Da liegt irgendwas drüben, aber ich seh's nicht, was das ist. Ist dir die auch noch, oder was ist hier los? Okay. Dacht schon. Ich, das ist meine Zucchini. Ja, das ist eine Zucchini, die schmeckt doch roh besonders. Bäh. Oder? Die schmeckt doch roh überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, was man denn hier? Peaches. Hm. Na, ich bin doch der einer Scheiß, und so. Und so, dem her, kein Stanz. Wart mal, die ist badly damaged. Was ist, wenn ich mit der Machete die jetzt kaputt mache? Open Can. Da ist jetzt ein Stückchen. Are you coming? Warte, wenn ich das jetzt esse, bin ich dann krank? Kommst du mal jetzt? Okay. Komm her. Okay. Hilf mir. So. Oh fuck. Die Röner auf Stämmen. So, jetzt der Straße hier folgen, und dann links. Was für ein Zombie auch Glück gehört? Nein. Ich glaube, ich soll das Spiel lauter machen. Ähm, gibt's eigentlich schon Fahrzeuge? Ich glaube schon, oder? Gibt's die schon? Weiß ich nicht. Nö, keine Ahnung. Es gab ein Update. Dann müssen wir nach Fahrrädern suchen. Oder was gibt's denn alles? Außer Fahrrädern. So, hier links eigentlich. Links. Da vorne zur Stromtrasse, und der dann folgen. Hm. So, kann man hier ja mal sprinten? Ja. Ja, kann man. Solltest du eigentlich für Gefechtssituationen aufheben. Deine Ausdauer. Krieg. Die Stromtrasse wird mal eine. Oh, ja. So, davon ist die Stromtrasse, der dann nach rechts folgen. Und dann kommen wir wieder nach Gorka. Ja. Ja. Alles klar, wunderbar. Warte. Eine Stromtrasse wird mal eine. Die sieht man kaum. Ach, das ist der kleine Kreuz. Dichter oder wie? Ja, genau. Mein Gott. Immer schon rechts nach rechts und links gucken, ob ein Auto kommt. Und da ist das Wildschirm, was ich vorhin schon gesehen habe. Genau hier. Ich hab's ja gesehen. Geile Wurz. Warte, kann man die eigentlich irgendwie killen und dann ausnehmen oder wie ist das? Ähm, ja, aber ich weiß nicht, was man dafür braucht. Ich hätte eine Machete. Also ich schätze mal ein Messer. Oder ein Messer. So, was ich aber noch für meine Mosin hier bräuchte, wäre ein schönes Visier. Ich hab'n Ackok fertig, wenn du willst. Hm, Ackok? Ne, wenn dann schon ein dickeres. Wie heißt das große? Das ist Range Scope oder... Vier-, äh, achtfach oder vierfach zoomen hat das Ding. Keine Ahnung. Ähm, nimmst du einfach mal. Okay. Legen wir uns in den Busch! In den Busch! Achso, im Rucksack. In den Busch. Warte. Ich muss noch kurz... Äh, Search for Berries mach ich grad. What the fuck. Ich kann grad nicht in deinen Rucksack gucken. Weil ich für... Weil ich nach Bären suche. Nja. Ähm, wir sollten uns doch nicht in den Busch stellen. Komm mal weiter raus. Zurück. Kann man nach Bären gucken? Cool. Warte, hier, jetzt geht's. Open. Open. Stehbleiben. Ich kann nur Jack Puls machen. Ich kann gar nicht auf deinen Rucksack zugreifen. Dann lege ich's hier am Boden hin. Den Rucksack. Warte, es dauert noch ein bisschen. Liegt dein Rucksack... Achso, nee. Scope liegt hier irgendwo am Boden, oder wie? Ja. Ah, da ist es. Kann ich das da drauf machen auf die Mosin? Es geht gar nicht auf die Mosin drauf. Ah, schade. Okay. Ich wechsle es immer aus zwischen Ruppung, Vision und dem Akrog. Okay, dann brauchen wir ein anderes Visier für die Mosin. Ja, mal schauen, was so in Gorka rumkreucht und fleucht. Ah, wir könnten doch in Schakowska gucken. Da kommen wir ja vorbei. Da kommen wir ja dran vorbei. So, auf den ersten Blick sehe ich ein paar viele Waffenspawns da. Naja, viele. Wir haben ein paar viele Pünken auf dem eigenen Raum, halt. Ich seh Punkte. Erstmal jetzt shoppen. Oh ja. Wir werden so sterben. Oh ja. Mal so drauf zulaufen jetzt. Wahrscheinlich kommt jetzt so ne Gruppe von 5 Leuten entgegen. Naja, ich hab schon zwei Kills. Einen Kills hab ich. Du hast auch nen Kills. Was? Du bist gut auf dem anderen Gästen. Wo kann man das sehen? Auf ihm? Ja, ich hab... Nein. Weißt das nicht mehr. Wir haben doch mal auf Flugzeug gegen zwei gebattelt. Ah. Wo ich dann gestorben bin. Ja, genau. Und ich hab den mit einem dann weggemacht. Habe ich eigentlich nen Kompass? Ne, hab ich nicht. Ich hab Kompass von... Und... Lass mich links vorbei laufen. Links vorbei? Ab der Stadt? Was soll man da reinschauen? Ja, mitten doch. Ist scheiße, find ich. Und links vorbei? Ist es besser, oder wie? Ja. Ja. Ich glaub ich hab nen Zombie angelockt. Ich glaub ich hab nen Zombie angelockt. Ich glaub ich hab nen Zombie angelockt. Äh, dass man langs nicht kommt. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Hier war grad ne offene Tür bei nem Haus. Alter, von meinem Fenster geht's zu. Wie nochmal, als wenn ihr das hören könntest. Ich war grad dauerhaft gemutet. Kommt man da rein in das Haus? Ja, das mal... Ja, da schon, aber... Da? Ne. Ne. Da kommt man rein. Hier liegt wieder irgendwas verdorbenes am Boden. Ne Kartoffel, so wie das aussieht. Hm. Hier drin ne gar nix. Ne, hier ist nicht sonderlich viel. Ah, okay. Also wir sind beide Frauen, oder? Also jetzt hier im Spiel... Ich seh aber wie ein Mann aus. Ich bin ein Mann. Im Ernst? Ja. Ich bin auch neu gespawnt. Ich kann's mir irgendwie nicht aussuchen, ob ich ne Frau oder ein Mann bin irgendwie. Ich bin so zwittbar. Ich hab's mir jetzt ausgezucht dabei. Ich hab's mir jetzt ausgezucht dabei, er ist nach dem nächsten Neustart quasi... ...wird das gespawiert bei mir. Na genau, jetzt hüpft er oder was? Ich mach das Recht aus. Hast du grad ne Limo getrunken, oder? Nein. Okay. Weil es hat sich grad so angehört. Was fährt bei dir da dran vorbei? Heute ist Samstag. Was geht denn ab bei dir? Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch mal was. Wir müssen alle... Das kann ja nicht jauerhaft genug sein. Doch, das geht. Okay, das kann ich ausmachen. Das kannst du ausmachen. Ich hab's gehört. So. Ich will immer nicht mehr was zu machen. Mir hat's gefühlt, dass ich gerade im Zimmer. Wer bei dir und bei mir brüllt mein Bruder gar drum rum, weil er wieder Battlefield 4 spielt. Hallo, Horsert! Hörst du denn? Der brüllt drum wie der letzte Assi, ey. Warte, ähm, wo sind wir denn eigentlich hier? Ich glaub wir laufen nach Osten. Ne, 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 ey. Normal wie ich das genaub, sind wir schon richtig. Aber was ist das hier für ne Kurve? Die kenn ich gar nicht. Ach doch, das ist die Kurve vor der Gabelung. Das ist die Kurve vor der Gabelung. Das ist die Kurve vor der Gabelung. Du musst dir jetzt folgen, weil ich hab die Karte. Ich hab die Karte. Wo bist denn du? Ich bin... Ah, da. Da hinten stehst du. Da hinten stehst du. Geh weiter die Straße. Oder ich schieße. Ich ergebe mich. Warte. Guten Tag. Warte. Oder? Der hier. Warte. Das war nochmal der Mittelfinger. Ähm, F3 oder was? F5. F5. Nee, F5 ist Applaus. What the fuck? F6? F4? Nee. Das ist F6. Hä? Was macht der auf F4? Ah, Mittelfinger. Kniend. Ich mach das. Das ist Jack. Okay. Thumbs up. Ich hoffe, du hast den Timer im Blick. Ach so. Ach so. Ja, warte mal kurz. Wie denkst du, sind wir denn schon am Aufnehmen? Ich... Ich hab nicht mal gestartet. Mongo. Warte, wir sind ab 54 am Aufnehmen. Das heißt, wir sind grad so fast 14 Minuten dabei. Okay, 14 Minuten. Ey, du geile Bitch. Waren wir einfach nur 5 Minuten. Du geile Bitch. Ich will nach Gorka. Wo geht's denn nach Gorka? Ähm... Ich hab ein bisschen... Einfach mal an der Straße folgen. Folgt der Straße. Ich bin da an dem... Okay, die Straße, die ist irgendwie... sehr komisch. Da geht ein Feldweg nach links. Ja, du musst den Feldweg grad nicht auslaufen. Ach so. Irgendwie nicht. Ach so. Ja, warte. Springgarten. Das ist so verwirrt. Laufen mal mehr. Ach, da sind wir doch. Wir müssen den Feldweg folgen. Ablösung, weil sie rechte Abzeigungen laufen. Ja, genau. Ah ja, verstehe. Ich hab die Linke gar nicht gesehen. Ich verstehe. Ich muss mich nicht untertragen. Do it now. Ich hab irgendwie Bock auf LOL. Vor allem, weil ich wieder abgestiegen bin. Ach. Du darfst nicht... Leute, nie nach 0 Uhr am Freitagabend LOL ranked spielen. Das sind nur noch Lutscher und Spanier und Spanier. Nein. Teamkommunikation für den Arsch. Ich will mit. No! I want mit! Irgendeiner schreibt gar nichts und nimmt einfach einen Top-Planer, wo wir schon einen haben. Alles klar. Team OP. Ja. Kenn ich. Ja, von mir. Aber man muss mit Drankets spielen, dann pick man nicht so ganz und bobs. Es war ranked. Und dann machen die so einen Bullshit zusammen. Ja. Das war von mir. Freitag 0 Uhr, Junge. Das sind nur Mongos und nein. Das kann ich so nicht empfehlen. Ich hoffe, das sind Time-Einblick. Ja. Nach 4 Minuten. Nach 4 Minuten. Nach 4 Minuten. Ich hab' das Gefühl, wir haben uns auf 1 Uhr. Warte, warte, warte. Hier müssen wir geradeaus weiter, oder? So, und jetzt ist meine Karte weg. Jetzt muss ich mich auf dich verlassen. Das wird schlimm enden. Warte. Wie, warte. Na ja, fast schon. Warte aus. Oder? Ja, geradeaus. Ne, warte, wir müssen... Wir sind jetzt... Alter, mein Bruder hat drüben voll laut Musik, der Bongo. Ich glaube, ich muss ihn mal einen Besuch abstatten. Ja, nie. So. Ach so, wo stehst du? Alles klar, darauf steh' ich. Ach so, wo stehst du? Das ist eigentlich von mir. Ist das extra drübegegangen, hat's geschehen, halt die Fatze. Ja, oh ja. Habe ich meinen Loras ausgepackt, der mir voll ins Gesicht geklatscht. Oh Gott. Und bei dir fahren wieder 50 Trecker vorbei. Der ist semi-rollig. Das ist ne Kuh, wo er voll ausflippt. Was ne Kuh die voll... 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 Alles klar. Ja. Mh. Gib's zu, das war deine Mutter. Ja, die macht solche Geräusche, wenn sie sauer wird. Oh ja. Mh. So, willst du jetzt gar der Stromtrasse folgen, oder dem Weg noch folgen? Ich will nur nach Gorka ankommen, und zwar lebend. Ah, okay. An der Stromtrasse. Ihr ist ein bisschen tief. Sons warns wird, aber wie遠iz ist getreutiert, ist ja alles in Ordnung. cul. Join and deporting in viele gesp zawrties früher als Tys Hispanия Al 않 Curry. Da ich vor allem, bin ich dankeschön. Wie sage ich, Fahrläufe? Ja, ich- und bleibrasch. Was lehrt denn. Ja, du warst schaffbar an die West-Hazval. Hydrated, Junge. Ne, Energized ist von Essen. Hydrated ist von Trinken. Achso, ja, dann bin ich das eine nicht. Das eine nicht, aber das andere schon. So, wo ist Gorka? Da vorne erst. Oh mein Gott. Da wurde er, siehst du den, siehst du den Pinöpel? Der Liebe. Ja, ich weiß, wo Gorka ist. So, ich glaube... 20 Minuten sind rum, oder? In einer Minute. Eine Minute, ja, alles klar. Alles klar. Psst, 30 Sekunden. Halt die Fresse. Ich hasse dich. So, ich schicke auch noch. Warte, warte. 15 Minuten. Oh, ich meine, ich schicke. In der Frage, heißt du Sandro, oder bist du schon Klaas? Ich bin das Sandro. Ich, deswegen dachte ich mir gerade so, ich schicke Sandro drin. Es gibt auch einen Watching You, ein Sadist. Ah, frische Pässe. Ah. Ja. Hallo. Du musst meine Anspielung verstehen. Nicht Anspielung? Ich kann auch neben dich schießen. Mal schauen, ob du dann was verstehst. Nein, wir haben jetzt hier einen kleinen Preak. Ah. Ein Preak. Ich schicke mich auf dich drauf. Okay, wir bedanken uns für's Zuschauen. Und jetzt bin ich nass wegen dir. Ich fühl damp. Stimmt, ich auch. Hui. Und wir hoffen, ihr schaut auf den nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heiß ist. Let's Play DayZ mit dem Klaas. Ja, tschüss. Und wir nur Hängerbeut. Ciao, Leute. Jetzt bin ich soaked wegen dir. Ciao. Ich auch. Servus. Ja. Amen. Amen.